Die St. Martins Thermalodge steht für die erste Lodge Mitteleuropas. Wir sind hier in einem ganz, ganz besonderen Flecken Erde, am hauseigenen 8 Hektar großen Badesee. In der Tagestherme bieten wir neben dem herkömmlichen Tagesthermeneintritt auch die sogenannten Exklusivbereiche. Da haben wir die St. Martins Galerien und den Relax-Tagesurlaub. Sie bekommen ein umfangreiches Angebot von Zeitschriften über Tees, über Säfte. Sie bekommen auch Snacks serviert und können sich auch im Tagesthermenebereich in der neu gestalteten Seesauna zurückziehen. Also das ist wirklich eine perfekte Möglichkeit, einen Tag Auszeit, einen Tagesurlaub zu genießen.